Das Freibad Hartenstein hat nach seiner Sanierung die Qualitätsmesslatte für alle anderen Schwimmbäder sehr hochgelegt. Das idyllische Umfeld war ohnehin schon legendär. Nun kommt eine völlig neu gestaltete Badelandschaft hinzu. Und der TÜV war auch schon da. Die Arbeiten waren so tiefgreifend, dass viele Dinge eine neue Genehmigung der Gutachter benötigten, wie hier die Rutsche. Noch bevor das Bad seine Tore öffnete, untersuchten Experten das Spielgerät, damit die Kinder später hier herumtoben können, ohne einen Schaden davon zu tragen. Doch das war nur ein kleiner Teil dessen, was in den vergangenen Monaten gemacht wurde. Das sieht alles neu aus. Der ganze Beckeninnenbereich ist komplett neu gemacht worden. Also alles, was man hier sieht, inklusive der Beckenauskleidung, faktisch neue Foliereien. Die Becken wurden alle um ca. 15 cm angehoben. Hat jetzt so den Vorteil, dass, wenn wir das nächste Mal mit Hochwasser betroffen sind, dass das dann hoffentlich uns nicht mehr so akut betrifft. Man sieht es auch dann hier hinten, geht dann die Rände vorbei, wo das Wasser dann halt vorbeilaufen soll. Die Arbeiten im Freibad Hartenstein waren nicht nur kosmetische Veränderungen des Objektes, sondern zum Teil grundlegende Umgestaltungen. Was war anders? Also die Treppenstufen, die man hier drüben sieht am Springerbecken, sind komplett neu gemacht worden. Das war faktisch früher bloß eine Wand, die mit Fliesen verkleidet war. Auch faktisch diese Beckenköpfe waren alle in Keramik gefasst und die uns jedes Jahr reichlich Ärger beschafft haben. Da waren in Größenordnung dann auch Fliesen runtergefallen durch Frost und so weiter und die mussten eben repariert werden. Reichlich eine halbe Million Euro hat der Umbau des Freibades gekostet. Den Badefreunden steht jetzt also nichts mehr im Wege. Und die Temperaturen sollen in den kommenden Tagen auch nach oben gehen. Und dann hat der Bademeister mit Sicherheit nicht mehr so viel Zeit wie bei diesem Vororttermin, eine Stunde vor der Badöffnung.